So, Servus! Heute öffnen wir Türchen Nummer 3. Es ist ein etwas kleineres Fenster. Oh, wie trockene Pfötchen. Aber, sieht aus wie eine Kippenschachtel. Es sind was von Harry Potter. Harry Potter Unsereable. Ein Puzzle. Ein Puzzle von Harry Potter. Gut, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Es ist nicht so ganz mein Fall. Bin ich jetzt kein Fan. Bin ich so der Harry Potter Fan. Jo, mal gucken. Vielleicht verlose ich das an jemanden von euch, wenn das alles durch ist. Mal gucken. 50 Stück sind drin. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Steht hier. Von welcher Firma. Von Wizarding World. 15 Stück. Ja, ein Puzzle. Jo, das war es auch schon. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Das war Türchen Nummer 3 mit Harry Potter Puzzle.